Also wir werden auf jeden Fall älter werden. Aufgrund des medizinischen Fortschritts, aufgrund dessen, dass wir uns bewusster mit unserer Umwelt auseinandersetzen, bewusster lehren, bewusster leben insgesamt, werden wir älter. Das bedeutet allerdings auch, dass bestimmte Krankheiten, die früher gar nicht zu uns gekommen sind, wie etwa Alzheimer oder Demenzkrankheiten, uns heute überfallen, weil früher sind die Leute mit 40 Jahren gestorben und dann hatten sie überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt Alzheimer zu haben.